aber scheiße ich bin unschuldig ich war's nicht ist das die Polizei warte ich komm und helfe dir nicht ausrasten Fabi wo ist er denn ich seh dich ich bin hinter dir ich komme krieg ich gleich einen Herzinfarkt der ist ausgestiegen Vorsicht ich geh ihn für dich nein er ist weg wie kann man den Team wecken ich kenne die ganzen Tasten nicht so ein Dreck hast du coole Sachen bei dir naja naja hab ich 90 Schuss ah ja das kann man 2 Medics ah nice danke hier cool haben wir uns doch mal getroffen nice das ist ganz gut ich guck mal ob ich den killen kann ansonsten geht er wahrscheinlich gleich mich ach man na gut beim nächsten mal oh das sind ja 2 einer ist dauernd einer ist dauernd ach so sorry die Pistole soll ich mir nehmen klar die nehme ich mir jetzt gleich zock auch immer mit Pistole wo ist denn der andere Typ noch hin tja mein Freund ja klar ist doch cool oder nicht bin ich jetzt nicht cool oh direkt geratet ich finde der Typ sprayen ich kann nur sprayen also so er meint wahrscheinlich ähm Graffitis machen so ne so so total ach so die kann man nicht mal schreiben das ist ja blöd das meinte der glaube ich in Richtung sprayen so da haben wir doch ein schickes Auto oh da kommt noch einer einmal weg hier einmal weg hier einmal weg hier denn das Auto macht gleich Bums so ja ok ich versuche mal umzufahren ok umfahren ist schlecht in dem Spiel lol ich hab das schlecht hä hä du hast übel geleckt bei mir Hacker einfach mal lecks wird ich angemacht hab ich erwischt du blutest du blutest ich bin unten im Haus ja ok da im selben wo ich bin pass auf pass auf die kommt die kommt die kommt nice nice heilig ok ich überlebe es get wrecked nice ja hinterher auf geht's polizeiüberfall das ist jetzt unser Auto dann gehen wir mal unser bestes landet noch einer landet noch andere Achtung die kommen jetzt ganz viele Alter richtig viele echt oh mein Gott fuck wir sind ja richtig viele ich lande jetzt erst was zur Hölle ok oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich glitsch hier rum oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott renn 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 weg renn weg renn weg ich hab eine Waffe ich renne komm hier hinter den den nee warte ich versuche entzückeln ich hab eine Waffe ich hab eine Waffe ja toll jetzt sagt die letzte Runde jetzt ein bisschen so kurz ne ja warte wenn sie wirklich dann mach mal oh mein Gott oh mein Gott das wird nicht gut gehen ich hab gar nichts er ist tot der mit der AK das sind noch mehr das sind noch mehr das sind noch mehr oh mein Gott oh mein Gott happen happen headshot nice what the hell da macht das noch einer das noch einer das noch einer da ist er noch ein Löffel oh mein Gott ein Löffel ich muss mir nur die AK noch nehmen wo ist er guckt der grad zu uns hinterm nächsten hinterm nächsten hinterm nächsten rechte Seite rechte Seite kommt er kommt oh hinter dir auch noch einer oh mein Gott das ist noch einer ich hab die ich hab die es sind noch zwei hinter dir pass auf zwei da noch eine oh noch einer da hinten 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 hol dir hol dir hol dir oh mein Gott nicht mehr nicht mehr nicht mehr Alter wie viele Leute haben wir gerade gekillt okay scheiße nice wenn du Benzinbrastag Bescheid oder so ja soll ich auch eins nehmen ja komm so auf geht's tut tut da ist sogar einer hinterher 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 da hinten ist da hinten ist zum Beispiel wo wir den überfallen kommen wir über feine mit Sirenen überfallen so nice die Polizei überfallen Leute oder pass auf auf dem Dings sind zwei Leute Police oh mein Gott 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 warte 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 ich bin nicht da ich bin nicht da hab schon beide tot beide tot was 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 ist das für eine Runde oh das bist du okay lass mal alles in die Luft jagen hier das ähm ja ich park die Autos zusammen die wir in die Luft haben wir Granaten oder so ich hab eine oh ja nice okay dann würde ich sagen erledigen wir die Dinger mal weg weg mit dem Kack oh macht beeil dich oh mein Gott was fuck also die Autos die Autos sind weg ja ich hab nicht mal also die Autos sind weg das war's mal mit der Polizei da ich seh die Adrenalinschub ja der war episch okay wir haben auf einen alles klar okay mach jetzt diesen Beute auf shit du hast auf bestimmt einen Rucksack für mich danke stimmt doch oh shit ey noch einer ja da hinten ist noch einer so Rambo Time geht trotzdem hier ein bisschen weiter nach rechts erstmal sieg wir haben gewonnen ja nice vieles mal das ging aber fix yeah man gg 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 okay also da denke ich mal nicht dass hier irgendjemand hoch läuft an der Ecke der werde ich wahrscheinlich der einzige oh der einzige sein okay ganz langsam nicht runterfallen lass den Typen da stehen warte warte bis er stirbt oder wir gehen hier ein bisschen besser hoch okay okay ich hab sie ist gerade sie ist gerade richtig blöd eine der schlechtesten stellen in der ich je gekämpft habe irgendwie okay okay der hat auch eine Granate flenken ihn ein bisschen 2er team 2er team 2er team 2er team tötet euch doch jetzt endlich ohne witz ey get the fuck out get the fuck out jetzt kommt gleich das gas und oh mein gott der Typ ist ja auch irgendwo oben get the fuck out geiler win oder der war mal richtig cool gg gg da bin ich jetzt mal stolz drauf das gefällt mir der war cool oh der wird sich gerade so ärgern